Hallo und herzlich willkommen! Wir möchten heute schnell und einfach ein Superhelden Cape für unsere Herzhelden anfertigen. Hierfür falten wir einmal ein altes Bettlaken und nehmen für die Halsweite ein gut passendes Oberteil. Die Länge hier ist in unserem Beispiel 85 Zentimeter, kann aber je nach Heldengröße auch verlängert oder verkürzt werden. Wir zeichnen zunächst mit einem auswaschbaren Stift ein XXL Babyletzin auf unser Bettlaken. Viel Spaß dabei! Wir mögen noch ein 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 Wir haben hier bewusst uns für Weiß entschieden, damit wir das gleich auch noch von unserem Herzhelden freudig anmalen und anpassen lassen können. Demnach stecken wir uns das erstmal ein bisschen ab. Ich bin da nicht ganz so genau mit Nadeln, mache das nur grob, damit es sich eben nicht auseinander zieht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, unten spate ich eine Stelle aus, damit wir gleich, jetzt fällt die Rosi auch noch um, unten lasse ich eine Stelle aus, damit wir gleich das Cape auch auf die richtige Seite, auf die schöne Seite, nämlich auf rechts ziehen können. So, das machen wir jetzt erstmal, damit sich das hier nicht mehr verschiebt und schön überlacken bleibt. Noch ein paar Minuten. 3 1 2 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018